Europa in drei Worten. Freie Grenzen. Vielfältig. Grenzenlos. Starker Zusammenhalt. Meine Heimat. Dass man überall reisen kann. Dass du jetzt nicht weitere Visa oder irgendwas brauchst. Was passieren müsste, dass der Euro weiter besteht. Erst mal müssen die Länder mehr zusammenhalten und alles. Dass die Wirtschaft besser läuft, nicht nur in manchen Ländern. Generell die bessere Bedingungen für alle Menschen geschaffen werden müssen. Was ist dir wichtig? Diskutiere mit uns und melde dich zum Event Euro 20 Plus an. www.euro20plus.de